Ich möchte wissen, wie viele Telefonzellen gibt es noch in Deutschland? Es gibt noch Telefonzellen in Deutschland? Ich kenne auch diese gelben, die haben immer nach Urin gestunken. Ich weiß ja warum. Hast du schon mal in eine Telefonzelle gepinkelt? Ich werde mich dazu jetzt nicht äußern. Wer hat noch nicht in eine Telefonzelle gepinkelt? Ja, hä? Geh mal in den Münzschlitz rein. So, Moment mal. Was ist, wenn die einfach auf so Schrottplätzen noch stehen und die zählen einfach noch, als wenn die noch da wären? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall mehr Telefonzellen noch, als es Fußballplätze gibt. Meinst du? Wo steht denn hier eine Telefonzelle? Ich kenne keine einzige. Überleg mal, Fußballplätze gab es 50.000. Gibt es mehr Telefonzellen? Ja, stimmt. Pro Stadt gibt es bestimmt pro Fußballfeld mindestens zwei Telefonzellen, oder? Okay, so, das geht aber richtig weit auseinander. Und zwar haben wir 14.000 zu 390.000. Was? Okay, aber Chris hat gesagt, hey, es gibt 50.000 Fußballfelder. Äh, das habe ich genauso auch gesagt. So, und der öffentliche Bestand von öffentlichen Toiletten beträgt... Toiletten? Toiletten? 16.350. Oh mein Gott, das ist stark. Richtig stark. Starker Gäste. Aber auch mit 50.000 hätten wir gewonnen. Nein, das ist stark. Das ist stark.